Ja, dieser Mythos, den hört man häufig, was auch daran liegt, dass sehr viele große Unternehmen sich aktuell mit den Blockchain-Technologien beschäftigen. Das liegt aber hauptsächlich daran, weil die die Kapazitäten haben und auch vielleicht die Weitsicht haben, dass die Technologie für sie bedeutsam werden kann. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass die Blockchain eine Netzwerktechnologie ist, eine dezentrale Netzwerktechnologie ist, die gerade Netzwerke unterstützt, hat sie eine besondere Bedeutung, gerade auch für kleinere Unternehmen. Weil sich mit der Blockchain-Technologie kleinere Unternehmen hervorragend in Prozessen organisieren können, vertrauensvoll Prozesse durchführen können, Transaktionen durchführen können und sich damit vielleicht auch unabhängig von großen Unternehmen machen können. Deshalb sollten vor allen Dingen auch kleinere Unternehmen diese Technologie im Auge haben und untersuchen, wie sie ihre Netzwerke damit besser organisieren und digitalisieren können.